und wir sind im verfallenen kuhstall auf der cold wind farm wir haben den jake dabei mit nichts quasi weil wir müssen eine daily machen indem wir zwei haken sabotieren und da er der einzige ist der saboteur hat und ich nicht mehr allzu viele wegzeugkofferchen habe erstmal gucken ob der killer hier vorbeikommen ah das ist der geist scheiße da zu sabotieren ist kacke das ist irgendwo bei mir ist hinter mir ja er läuft da hinten ja der ist noch bei dir wenn du das bist er ist noch bei dir nee das ist der andere den er getroffen hat ach verdammt jetzt kann ich den haken hier nicht sabotieren weil die die ganze zeit rumlaufen ich meine eigentlich ist er abgelenkt aber ist er jetzt mit dem weggegangen oder hat er sich nur unsichtbar gemacht scheiße ich hasse dass er hat ihn ja ich hasse es gegen unsichtbare gegner zu kämpfen ganz ehrlich ich gehe jetzt mal so ein bisschen aufs ganze weil ich ja er hat ihn aufgehangen ja ich bin in der nähe also mir ist es jetzt auch relativ egal ob ich danach jetzt einmal aufgehangen werde oder nicht weil ich muss halt nur die zwei haken machen für die daily dann kriege ich schon 30.000 ist jetzt so mein hauptziel heute oh da hinten läuft er rum da hinten nein er hat mich gesehen er hat mich gesehen irgendwie war ich hier ziemlich ähm naja er geht nicht zu den haken den ich sabotiert hab schade aber er war kurz auf dem weg dahin naja aber die sind so nah beieinander hier der geht in die mitte irgendwo richtung fällt ist er rein ich komme sofort warte rechts von mir ist einer heilen einer am totem und von links von mir kommt einer ja dass er richtung fällt rein ist finde ich nicht gut der andere ist da ja ich kann mich jetzt auch nicht mehr rein ah er hat den anderen schon wieder hier welchen anderen ja in der in der hütte also wo ich eben einen runter geholt ich weiß nicht ob der das war was du hast ihm einen runter geholt ja ja er ist hinter mir her ich weiß gerade nicht wo du bist ist er in der hütte er hat mich erwischt er wird mich kriegen bist du in der hütte frage ich jetzt zum dritten mal nein weil ich muss den holen mann ach ey nein dieses arschloch hat sich kaputt machen lassen als ich bei dem weiß nein 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 sie sind alle da ist ja runter geholt worden ja ja ach so das sah so aus ob die sich kaputt machen lassen ich häng an dem gleichen Haken jetzt hi Schatz hi hi ich würde gerne den Haken solitieren aber da hinten also na der hat sich aber kaputt gemacht oder war der schon ne der hie schon zweimal glaub ich das ist so richtig kack und ich hab noch nicht einmal am Generator irgendwas gemacht ah der kommt gerade raus geh weg geh weg geh weg ja komm ja leck mich doch einfach ey wieso habt ihr denn hier hingeholt ey ich kanns immer ne der ist da rausgekommen das hab ich gesehen ey wieso hallo wieso funktioniert dieses scheiß sabotieren jetzt nicht ist doch nicht wahr lass mich hängen lass mich hängen jetzt flabotier lass mich hängen ey lass mich hängen ey ja der Typ läuft hier rum und jetzt holt er mich runter und jetzt werd ich gekillt ja geil wenn er harten ja oh scheiße das war total dämlich junge ja also wie das eine mal wo die eine mich geheilt hat direkt vor den Füßen von dem Killer ja er wird aber eh wahrscheinlich jetzt noch hier kommen ja ich höre ihn schon ah ne ok also meine zwei haken habe ich auf jeden Fall schon mal er ist auch hinter mir her oh nein er ist nicht hinter mir her scheiße ich habe gedacht der war hinter mir her ich habe gedacht der war hinter mir her kann ich jetzt nicht allzu ernst nehmen weil es ging jetzt ums sabotieren halt in erster linie wenn ich erwischt werde ich halt erwischt weil der hat halt nichts weißt du ich kann nichts machen mit dem Pircs das einzige das einzige was ich halt mitnehmen muss ist der Saboteur und der kann mich halt nicht retten oder so und der ist so lahmarschig also da ist die Claudette wesentlich schneller ich habe keine Stimme mehr wir kriegen keinen Generator gemacht ey das ist so assig ey meiner ist zwei Drittel aber ich denke mal der ist auch aufgrund dessen gleich wieder bei mir ach bist du das? ah scheiße ja er wird hinten verfolgt warum jetzt lauf bloß ey wie langsam geht der da durch wenn ich da mit Vollgas durchgehe du kannst den Generator wahrscheinlich jetzt gut machen es sei denn er ist jetzt drüben geblieben ne er ist drüben er kommt immer in meine Richtung er hat mich gesehen ja über die Kiste drüber kann er schlagen weißt du wenn ich das mache funktioniert das nicht? ich hab auch gleich einen er geht zu dem anderen Typen hin nicht da wo du eben warst ja also ich wissen wer das ist der dritte der noch naja jetzt geht er in deine Richtung aber da warst du glaube ich jetzt nicht mehr ne? da wo der Generator war doch doch warte mal achso du musst kommt jetzt? ne einer neben mir heilt sich noch aber ich glaub der ne da ja er er kommt wer kommt? der andere? der Humpelne keine Ahnung komm zu dir ja 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 ist hier ja ja ist hier scheiße wer ist bei mir? ne er ist bei mir echt? weil sich denn locker zu laut war hm er war bei mir er ist glaub ich auf den anderen gegangen ich find keinen Generator mehr oh fuck das bin ich achso danke ich so ich hier ist ein Generator lass mich ruhig verrecken kein Thema nein hier ist ein Generator achso komm mit ja jetzt bin ich hinten schon das ist geil ich denke da drin ist auch einer ich guck mal nach ja da drin ist auch einer in der Hütte ja ich bin tot ich bin äh das ist so kacke ey ja wenn er mich hier wischst bin ich auch tot ich kann hier nicht ausweichen jetzt hat er bei den anderen ja der ist oft auf den anderen gegangen komischerweise der ist auch irgendwie seine äh äh dings wie sein Obsession na jetzt hat er ihn wahrscheinlich irgendwo bei mir in die Nähe ja bei mir ist er nicht ich sehe auch da hinten sein Feld oder wo ist naja ja er ist hier auch bei mir in der Nähe der Typ ich bin so laut am jammern der muss eigentlich jetzt mal hier kommen aber der Typ hat noch nicht gehangen so lange mach ich noch den Generator achso ja gut dann hole ich ne fuck drei viertel ist durch ich geh schon hin wir gehen wir gehen komm 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 noch ein bisschen noch ein bisschen noch ein bisschen ist durch aber ich höre ihn bei mir irgendwo in der Nähe ja ist bei mir ne er hat den anderen wieder oh was hat der mal mit den anderen ey wo hängt der denn jetzt auf scheiß aber dann ist er noch nicht tot das Problem ist ich bin so laut am jammern der hört mich auf jeden Fall ja heil dich doch mal kann ich doch nicht Jake Level 1 ich bin so laut ich bin so laut ich bin so langsam das ist das Problem ich hinterlasse mal hier extra große Spuren vielleicht entscheidet er sich mir hinterher zu laufen wenn ich sterbe ist nicht so schlimm ich glaube ich hab ihn voll am Arsch gerade ja ich versuche ihm was von dir abzulenken ich heil mich grad ja ja ich bin jetzt extra in die andere Richtung gelaufen er hat mich das nicht mit einem Schlag ja mach du mal mach die Generatoren ich bin eh nur wegen der Blutpunkte hier gewesen mit dem ja aber bist du jetzt tot oder was ich bin ich glaub ja oder ich bin instant ich bin instant ich sehe aber grad nicht wo er hingelaufen ist scheiß Bespekt doch er ins Kornfeld irgendwo ist er das konnte ich noch sehen aber ich hab die zwei Generatoren konnte ich noch machen das heißt ihr habt schon mal einen guten Vorsprung es ist halt ne es ist kacke mit einem mit dem du eigentlich gar nicht spielen willst der Typ hat keinen Herzschlag oh ich weiß warum da war übrigens der Generator links von dir immer so er läuft irgendwo hin aber ich sehe nicht wohin der weiß wo du bist ne ich würde mich nicht verstecken da ach da ist auch noch ein Generator scheiße ähm er läuft er geht zu den Generator zum Kornfeld der andere das ist sehr gut aber den hat er wieder kaputt gemacht der ist so gut wie ganz unten ja er ist aber hinter mir her ja komm ey ach jetzt siehst du ihn auch da hinten ja ich bin eh tot alles wieder hier vorne kann er dich nicht hinbringen aber die sind sehr sehr eng aneinander das ist die kacke hier ja das meine ich nämlich mit eng aneinander du brauchst fast gar nicht wigglen in dem Sinne ach er hat sich ah er denkt auch dass er Barbecue drin hat oh dafür ist er aber sehr früh rausgegangen ich hoffe er hat ihn nicht noch gesehen oder zählt das nur die vier Sekunden nachdem er dich angehakt hat nicht nachdem du gestorben bist ich weiß es nicht das ist in der Nähe vom Generator aber ich denke mal er sucht jetzt die Falltür ne der geht durchs Killerhaus ja klar sucht er die Falltür oh aber dem drücke ich auf jeden Fall noch die Daumen er hat mich auch glaube ich zweimal runter geholt oder so ja ich habe ihn nur einmal länger hängen lassen weil ich wusste er hat noch gar nicht gehangen und wir müssen hier die Generatoren machen weißt du ja ich habe ihn auch einmal runter geholt ihn hier aber er hat ich glaube der hat auch schon zweimal gehangen jetzt dieser hier also ich habe ihn runter geholt der hat er noch gar nicht gehangen ja auch nicht auch ah da ist er links scheiße ich habe aber das Glöckchen noch nicht gehört der ist noch hinter ihm her ich hoffe er hat ihn gesehen der war direkt hinter ihm ja da ist er direkt hinter ihm ah nein das ist Trick 17 der nicht funktioniert Junge doch doch der kann sich nicht entdingsen der kann die Glocke nicht machen und da kann er nicht hitten ach so ach ja stimmt das geht nicht ach ja wenn er ihn blockiert erst wenn er die Glocke hört dann siehst du er erst neben ihm ich glaube der will ihn gar nicht war oder oder erst wenn er ja oder er will das Glöckchen nicht machen da 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 ich höre was ich höre was nein in der Mitte nein das hast du nicht nein die war bestimmt der läuft in die falsche Richtung geh zum Baum ich habe doch gerade die Klappe hat der die Klappe nicht gehört gerade das war doch die Klappe meine ich da an diesen Steinen ach das war die gar nicht was war denn das oh aber noch 10.000 also dafür dass ich eigentlich schon die Haken sabotieren wollte matchmaking was ist das denn also was meint er damit weißt du auch nicht nö egal auf jeden Fall was ah ja gut er war Level 4 wie ist der denn in unsere Runde reingekommen nochmal das ist krass das ist echt heftig jetzt mich dass wir auch hier kommen jetzt das ist Vielen Dank.